Musik 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 Freunde Neues Video Eingekündigt Nochmal ein Bore Mal sehen Ob es überhaupt geht heute Heute ist kein Wind, heute ist Strom Musik 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 Gebessert. Borei 39 10 cm Abstand 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 So, ich bin reißig, ich bin alleine. So wurde das besser, Freunde, schon vorneweg nass gemacht und dann den Bocher hier rein gesteckt. So ist das besser. Die ganze Reihe, der hier drüben ist die andere Reihe, die habe ich schon gemacht heute. So, das Video ist etwas klein, das schneide ich irgendwo rein mit und ich muss noch mal zeigen mit dem Bore. Kommt irgendwo mit rein, wird reingeschnitten, das Video. So, das Bore-Video war etwas kurz, machen wir noch Kürbisse. Ein kleines Bett, Kürbisse, 7 bis 6 Kilogramm. 7. Machen wir überall 2 Stück. 2 Stück, jetzt 2 und hinein 4 und hier nochmal 2 Stück. Zack, zack. Da nochmal 2. Ja, 2. Zack. 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 1 2 3 4 5 Sie können dann hier den Reeper auf der Wiese wachsen. Hier kann man ja nichts verkehrt machen mit dem Gießen. Hier kann man nichts verkehrt machen. Eine Kürbisse. Übrigens, es hat schon wieder drei Wochen nicht geregnet. Hier ist das kleine Betthaus für Kürbisse. Wenn sie aufgehen, können sie hier überwachsen. Hier, TPR entblieben. Schwarze. So, wieder eine Arbeitsende. Kürbisse. 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 Untertitelung des ZDF, 2020